Und jetzt begrüßen wir die coolsten Newcomer der Stadt, Kitty-Section! Luca, hast du das ernst gemeint, was du zu mir als Superschurke gesagt hast? Tut mir leid, Marinette, ich erinnere mich nicht. Was habe ich gesagt? Äh, oh, nichts. Ist nicht der Rede wert. Du standest unter dem Einfluss des Akumas. Keine Ahnung, was ich gesagt haben könnte. Ich hoffe, es war nichts Gemeines. Denn du bist was ganz Besonderes, Marinette. So klar wie eine Note und so ehrlich wie eine Melodie. Du bist die Musik, die seit unserem ersten Treffen in meinem Kopf spielt. Das war eine Liebeserklärung, oder, Tiki? Und zwar eine der schönsten, die ich jemals gehört habe. Ich lieb die Einhörner See, im Sibanieh bin ich glücklich. Ja, Papa, ich weiß, wo das Grand Paris Hotel ist. Ich? Zu spät? Ich bin nie zu spät. Okay, aber diesmal bin ich nicht zu spät. Versprochen. Mama! Oh, Luca, was machst du denn hier? Ich habe an dich gedacht und ich glaube, ich habe endlich deine Melodie gefunden. Die, die dir voll und ganz entspricht. Willst du sie hören? Wie findest du sie? Wow, sie ist, sie ist unglaublich. Ganz stimmt sie noch nicht. Ich kann's besser. Ich arbeite weiter daran. Bin unterwegs, Papa. Tut mir leid, ich muss los. Danke, Luca. Ich finde die perfekte Melodie für dich. Geht's dir gut, Marinette? Ja, alles bestens. Ehrlich gesagt, nein, mir geht's überhaupt nicht mehr. Ich hab genug von dieser ganzen Verantwortung, davon immer eine Fassade aufrechterhalten zu müssen und nie die sein zu dürfen, die ich wirklich bin. Ist schon gut, Marinette. Du kannst mir alles sagen. Oder nichts, wenn dir das lieber ist. Bei mir kannst du du selbst sein. Einfach du selbst. Alles okay? Also, die Melodie. Spielst du sie mir vor? Bist du sicher, dass du sie hören willst? Mhm. Hm?